Das Problem ist, ich glaube, der Intro-Screen ist sehr laut. Nee, nee, kann schon sein, aber ich glaube, das ist halt wieder eins der Spiele, wo einfach der Startbildschirm ist lauter als in-game. Kann sein. Werden wir sehen. Ist ja easy umgestellt. Für irgendwas gibt es ja Stream Deck und so. Und Wavelink. You know. So, ich weiß noch, wie stand, glaube ich, schon wieder von einem Boss. Das werde ich wieder gut anfangen. Oh no. Was? Sogar Controller. Holy shit. Bist du am Arbeiten? Wie Spaß am Arbeiter ist. Bis später. Nee, warte, du hast dann direkt vermutlich noch Ding, ne? Dann bis ganz viel später oder so. Hier läuft heute ein gutes Spiel, was soll das heißen? Hallo, Narcas. Hallo. Spiel. Wie geht das? Wo muss ich hin? Äh. O. Ähm. Ö. Da oben hin. So. Gut. Warum bin ich hier unten? Ah, das war nur eine Mapstation. Warum bin ich hier unten? Ich muss da oben hin. Trokiga. Trokiga. Oh Gott. Das wird jetzt, das wird ja lustig. Ah, komm mal hin. Moment, ich muss mal wieder erst Steuerung. Ja, da ist Schießen. Aufladeschoß. Ja. Das ist Grapplebeam. Mit dem ich super gut klarkomme. Oh no. Äh, und dann sind da Missiles. Ja, okay. Äh. Genau, da war Slide. Ich muss gerade ein Moment. Ich brauche einen Moment, bis ich da wieder... Und ich kann kugeln. Springen. Ah, genau. Da waren die Bomben. Okay. Ähm. Ich glaube, das war alles. Cloak ist da. Okay. Oh nein, es war die... Na, ich weiß nicht, es ist ein Gegner jetzt schon. Wie war? Nee. Wo war? Da war's. Okay. Das habe ich vergessen. Okay, das war... MediaTek ist da. Komm, hoch. Nicht abschießen, bitte. Ich denke. Huch. Okay. Ich bin da mit Maximum. Nee, nicht jetzt. Aber das ist ein Map-Raum. Okay. Uh. Dann halt so. I guess. Kannst du hier ein bisschen zurückgehen oder so, dass ich da hoch kann? Nein? Würdest du bitte? Deshalb unkomparativ. Warum ist das so unkomparativ? Okay. Okay. Ah, okay. So geht das nicht. Huch. Okay. Ja? Okay, dann nicht. Da. Ich kann das Spiel. Das muss ich nicht mehr schätzen sein. Okay. Ähm. Nee, warte. Du Gräppelbeam warst. Da war ich schon. Moment, mein Gräppelbeam war da. Okay. Das ist eine Übung. Ach, nö. Nichts. Das steht da. Bye. Wee. Okay. Huch. Nein. Das ist so kompliziert. Gräppelbeam ist kompliziert. Ehrlich gesagt. Oh, der war schön. Au, okay, dann nicht. Na ja, okay. Ich kann das Spiel nicht. Das ist eine Lüge. Na ja. Okay, dann halt so. Jetzt muss ich den Weg da unten durch. Da durch, genau. Ich schaff das. Mir Scherade regelt. Ich weiß ja nicht. Okay. So, ich will nicht, dass der schon wieder Dings macht. Du musst geheim Dinge tun. Aua! Moment. Wie? Ah, warte. Ich habe... Ich vergesse gerade die ganze Zeit, dass ich Scrapple Hook habe. Hui. Ich, äh... Ich, äh... Äh. Hui! Okay. Oh no. So, jetzt wird es gleich lustig. Jetzt gehen wir zum Boss. Okay. Wie ging der Boss nochmal? Skippen. Skippen. Okay. Okay, da trifft. Ui. Äh, das sieht lustig. Äh. Nicht so schnell, bitte. Geht das überhaupt mit der Bade, oder soll ich da auch laden? Nein. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das alles ging. Okay. Aua. Okay. Das ging ja schon mal... Wir sind schon mal weiter als das letzte Mal. Kann ich behaupten. Wir sind... Wir sind besser. Okay. Das läuft. Der geht! Irgendwie. Maybe. Oh Gott. Ha! 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 Oh Gott, ich kann gerade Chat nicht so gut lesen. Ich muss gerade voll konzentriert sein. Das ist aber wieder die Sache, ne? Jetzt habe ich das letzte Mal gefühlt gegen eine halbe Stunde Boss probiert. Nicht geschafft. Und jetzt ist es ruhig wieder so... Ah ja, easy, ne? Jetzt machen wir den aber wieder schnell. Das ist aber immer noch anstrengend. Mit... ...der Steuerung. Ehrlich gesagt. Oh, es hat nicht gereicht. Okay. Hat's mir... ...war ich nicht genug aufgeladen. Okay. Machen wir einfach weiter so. Und weiter verklopfen. Ich weiß nicht. Ich schätze mal, mit Missiles wird es schneller gehen da. Das ist meine Vermutung. Aber... Ich lasse mir lieber die Zeit. Ja, ich weiß, mit Missiles mache ich mehr Damage. Aber das Problem ist... ...dann werde ich wieder... ...äh... ...unachtsam. Weil ich ehrlich gesagt mega Mühe habe. ...mit... Okay. Oh, was ist das? Huh! Au! Okay, ich glaube, das wäre anders gedacht. Ich glaube, da könnte ich mich hochziehen, ne? ...huch. Huch. Okay. Ah! Ich... Wie gesagt. Siehst du mein Problem? Ich hoffe, ihr seht mein Problem. Was ich habe. Okay. ...huch. 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 das ist nicht mehr gut. Jetzt habe ich das Problem. Oh Gott. Ich mache wieder langsamer. Ich möchte gerne nämlich mehr Heilung haben. Gib mir bitte Heilung. Please. Please, gib mir Heilung. Eieiei. Okay, gib mir nochmal hoch. Heiaaa, ich bin helt wachsen. Hei, ich sküter hoch. Okay. Nein, au. Come on. Nee, gib mir doch bitte Leben. Please. Please, gib mir Leben. Gib mir einfach kein Leben. Okay, Boss mag mich nicht. Good attempt, I guess. Au, meine Hand ist jetzt schon verkrampft. Meine arme Hand. Das war, das war... Eieiei. Das war barely, barely irgendwas. Meine Hand ist schon tot. Okay. Nee, das warte ich nicht. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Nee. Ich mag das gar nicht. Heiaaa. Das läuft ja alles wieder sehr gut. Oh. Ich bin ja wieder höher. Das ist okay. Nee, damit. Okay, Leben. Missiles. Missiles. Okay. Ich geh aber nicht ausweichen, Aua, das ist gut. Das da könnte man dodgen sogar. Au. Tjei. Naja. Das sind mir zu viele Knöpfe gleichzeitig rücken, you know. Ne. Es ist zu viele Knöpfe gleichzeitig rücken. Ah, es beginnt schon wieder gut. Ich habe das Spiel nicht ausgetrickst. Aber das ist mein Problem. Unterwasserfights sind scheiße. Ich weiß nicht, wer sich gedacht hat, das wäre lustig. Ausweichen ist schwer genug. Komm, mach das kaputt. Hoch. Über. Oh. Icy. Extra Damage. Hiiii. Nö. Mach ich nicht mit. Ab. Ab. Pfff. Bye. Hm. Was ich für den Boss halten soll, ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich Ahnung. Ich hasse er. Ne. Ich... Ich komme halt von hier auch nicht ran. Iiiiih! Scheiße. Okay. Oh Gott. Äh. Falscher Ding. Ich komm da auch nicht... Ich hasse das so sehr. Ganz ehrlich, wenn es nicht Mitte ist davon, ist es absolut scheiße. Oh. Eins. Zwei. Okay. Die Misser ist nach vorne. Achso. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Äh. Okay. Warum müssen das alles so Böllerbosse sein? Mach einfach so viel Damage, wie du kannst und dann ist er easy. Okay, ich verstehe. Ah. Man kann den skippen. Nice. Muss ich dann Speedrun üben von dem Spiel. Oh. Ja gut. Einen halb Trys. Äh, ich weiß auch nicht. Wie viel das war das letzte Mal? Genug. Ich bin nicht so Fan von der Greppel. Come on. Wie? Ich finde den Greppel mega schwer. Ich kann mir das immer erklären, wie das gemeint ist. Hey, nimm doch hoch. Ja, dann eben nicht. Hm. Ich habe Probleme mit dem Greppel. Ich komme mit dem Greppel nicht klar. Ich finde den mega schwer. Warum? Also die nächste halbe Stunde sind wir hier drehen in diesem Raum. Ich hoffe, es gefällt. Ich komme dann da dran. Kann der nicht automatisch hier geklippen? Warum muss er sich damit zielen? Wer dachte sich, das wäre ein guter Plan? Okay. Geh mal gucken. Äh, kann ich bitte zielen? Komme ich da ran? Ja, kann ich. Warum? Wie komme ich da unten an dem Ding ran? Ein Weg! Hallo. Äh, du es musst. Oh no, okay. Ey, ich lebe. Wie schön. Ähm. Und jetzt da zum Ding ran. Okay. Weil ich gerade zum Moment. Ah! Ausgetrickst. Okay, da ist auch wieder gemeint, dass ich das nutze. Moment. 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 Einen Moment. Einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Okay. Okay. Ich bin Heck. Aber. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Das war gerade meine Cousine Sie musste sich bei mir entschuldigen So, okay, gut Also, wo muss ich hin? Ich muss da hoch Jetzt bitte diesmal nicht wieder mit dem Gegner dran kleben Wäre sehr nice Okay, Dinge, die passiert sind Äh Warte, kann ich den nicht treffen hier? Upp Das ging schnell Ja, so schnell Die haben das ja Wann waren die da? Lange her Come on Stirb bitte Ist er tot? Er ist tot Perfekt Blub 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 Okay So, jetzt haben wir hier oben schon wieder ein Tele... Wartpunkt Also schon wieder Wo geht denn der schon wieder hin? Wir gehen erstmal in den Safe-Punkt Ich bin mir sicher, dass er sich dreckig fühlt Sie kann lang sehr klein lauten Ja, safe progress Danke Dass ich den Boss ja nicht wieder machen muss Holy shit Antifun Unterwassergebiete sind Antifun Mach doch bitte mal gute Wassergebiete in Spielen Dankeschön So Dann Wo gehen wir da schon wieder hin? Nein, schon wieder neues Gebiet Doch Oh, Mann, okay So viele neue Gebiete Gaboran 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 Lass uns nach Gaboran gehen Sonst gibt's nächstes Mal Haube Ja Kinder, I guess Jugendliche, I guess Aber so einen Scheiß macht man einfach nicht You know Ich mag mich nicht daran erinnern Dass ich jemals so einen Scheiß gemacht habe Bestimmt auch Scheiße gebaut Das Kind, weil Ich glaube, jeder baut Scheiße im Leben You know Aber sowas ist halt einfach Klauen Klauen ist kritisch So Was ist das für ein Viech? Hallo Hat sie mir einfach gerade die Zunge ausgesteckt? Was geht mit dem? Oh, da ist eine Beria vorne Hallo Hallo Okay Oh Lass ich jetzt die Mitte rund Okay Ich vertraue dem Wasser mal nicht Was ist das für eine Blume? Wir gehen mal da hoch Was ist das für ein Viech? Holy shit Okay Oh Hier haben wir Komplette Aufladung IC Das muss ich da unten noch irgendwas Da haben wir Powerbeam door Da oben haben wir normale door Wir gehen mal hier durch Ah Nicht ablecken Ablecken ist eklig Machst du das nicht Dann leckt er mich einfach ab Okay Okay da oben hin Komm ich aber auch noch nicht Hier komm ich nicht durch Okay Kurzer Trip war das hier Schlecker No, bitte nicht Was machst du? Huch What? Was machst du? Oh Au Ich bin sehr gut Mit dem Spiel Ja Pro Gamer Oh no Let me go Ich hab vergessen Wie funktioniert der Scheißsprung Leute Ich hab vergessen Wie der Sprung funktioniert Ich wollte den Dash Sprung Scheiß Wie geht der Dashsprung? Wie geht der Dashsprung? Hallo Ich bin blöd Wie geht der Dashsprung? Ich hab vergessen Ah no So geht der Okay Nee das ist Ey ich hab's so probiert Ich hab's so mir Holy shit Es ist mir zu viel Stuff Auf zu vielen Positionen Was man alles tun kann Ich komm damit nicht klar Ich bin Ich bin halt kein Controller Spieler Okay Oh fuck Das ist ne gute Taktik Huch Au Okay Aua Mach doch bitte den Ausweichding Holy shit Ah Okay Okay Ah Manu Ich bin so schlecht In dem Spiel Das tut mir leid Ich dachte Wir sind ehrlich Hier um ein Fail Zuzugucken Wenn ich so geil Fehler Weichere nicht aus Treffen Treffen ist so ne Sache Die kann ich nicht Die kann ich nicht Okay Easy Sorry Voll konzentriert Ei 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 Äh Ist irgendwas Ist hier irgendwas Ne Scheint nicht so Missile Somewhere No No Okay Einfach nur Bossraum I guess Ne Okay Dann gehen wir da hoch Oh Das ist an der Kante Wo ist der Safepunkt Ich muss speichern Was auch immer das Wirklicher sind Holy shit Seid ihr Irgendwelche Mücken Ach nö Nicht schon wieder Die Emmys Hallo Okay Da kann ich aber eben noch runter Moment Was hab ich denn da unten übersehen Ah da Dann können wir mal das Timing besser angucken Au Irgendwo da Oh Au Okay Okay Das hat doch mit dem Bock Nicht so funktioniert Okay Okay Ah Da Äh Da Komm Oh Ah Okay Das ist viel zu spät Holy shit Der macht einer spät Bin ich jetzt schon wieder gewandert Kann ich da hoch? Ja kann ich Nice Hui Oh Oh Da komm ich gar nicht weiter Kann ich wieder Kann ich da? Nein Autsch Okay Ah Come on Okay Ich hab's nicht so gedacht Oh 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 Ich war gut Ihr habt Spaß Das ist ja gut Guck mal Ich war gut Ich hab ein Tank gefunden Ja Ganz allein hab ich gemacht Ja 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 Okay Aber hier kann man nicht weiter Ich muss wieder zu Amy Hab ich gehört Huch Hier ist er doch hoch Hui Come on Oh Ihn doch Ah Die sind wieder da Hallo Sind wir schon wieder Respawned Schlimm Okay First try Das ist ja basically first try Ich bin nicht runter gefallen Also So hochkommen hat mehr als ein Versuch gebraucht Aber ich bin Ich bin Ach nö Ich hab so kein Lust Äh Kann ich nicht wie hier Speicherpunkt haben oder so Hm Ja Ja Na So Wir kriegen auch schon Nein Sehr first try Ja I see Oh no Ich will nicht Wo ist der Amy dann Muss ich da hin Ich will da nicht hin Sind wir doch alles Partner Ach so Ich will da nicht hin Hm Aber ist gut zu unterhalten Das ist das Wichtige Ich will nicht Ich hasse die Amy's Die machen mich so fettig Okay der ist noch nicht aktiv I see Der ist noch nicht aktiv Ich habe Angst davor Ah ja Erstmal die ganzen Motten Käfer Was immer das Was Dieser Raum ist auch Ist irgendwie suspekt Oh hey Guck mal Hallo Adam Speicherpunkt Viel wichtiger Ich mag Speicherpunkt Hm Hm D.A.M.E. Have been deactivated But Raven Beat Still desires The Metro DNA Within you I have reviewed The video log Of your encounter After your arrival Oh Oh Adam Wir haben das in Köln gesehen Genau Aber der war Böse Der in Köln So ein Böse Adam You were no match For him then You are no match For him now Danke Er sagt Wir sind unwirtig All dem Spätem Genau Keine Ahnung Stimmt Die Emmys wurden ja deactivated Von dem Wie hieß der Typ Der der gestorben ist You know Wichtiger Person und so Aber die werden sowas Von wieder Äh aktiviert Okay Da oben komme ich jetzt noch nicht durch So Bevor der mich wieder ableckt Mache ich das da weg Was ist Da komme ich aber nicht rein Das ist so eine Walze Ja I see Jetzt ist dazu Jetzt müsste ich wieder von der anderen Seite kommen Okay Das ist kompliziert Komm her Bam So Äh Da Nee passiert nichts Okay Da muss ich eh von unten rein Okay Da muss ich von unten rein Gut Nevermind Hm Ist das eine Wal Was bist du Was bist du Au Ich werde erst jetzt auf das Spiel Engels ist Ja das Problem ist meine Konsole ist auf Englisch Ich habe die mal irgendwie auf Englisch umgestellt gehabt Wegen einem anderen Spiel Und jetzt ist die halt auf Englisch Was bist du Was machst du Hä Okay Ich verstehe nicht Ich hoffe das Die nehmen wir nämlich mit Missile Ja wenn das Verständnis genug gut ist Das ist wie egal Es gibt halt Spiele Bei denen ich Englisch Audio haben wollte Und das ist halt Das ist halt Das stört mich ehrlich gesagt Wenn 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 ein Spiel einfach System Language nimmt Und nicht Du kannst sie nicht wählen Das stört mich mega Ich würde es lieber selber wählen können Noch mehr Teleport Points Ich glaube Gehen wir jetzt nach ganz nach hoch Und dann gehen wir wieder runter Weil wir doch nicht weg können Oder so Keine Ahnung Jetzt gehen wir zurück Das ist ja so verwirrend So einfach kurz alle Gebiete abklappern Für Teleport Parkour Ja Damit wir alle Gebiete gesehen haben Und alle Ladescreens gesehen haben Die Die gleichen sind Okay Fast die gleichen In meinen Mittelnwellen haben Den Variantzug Das ist ja schon mal Ganz viel anders Das nicht aufgefallen ist Ja gut Es ist ja gekommen Als es basically Keinen Text hatte Das wäre jetzt halt das erste Was Adam was gesagt hat Vor allem Das sind halt einzelne Worte Und dann fällt es die Gar nicht mehr auf Einzelne Worte Englisch Ja gut Könnten genauso gut Auch die deutschen Worte sein Die einfach gleich sind Weil Englisch und so Sehr verdächtiger Und jetzt sind wir Hier Aber Wir können nur hoch Da ist kalt Das Nicht so geil Komm Stepp Hm Okay Ja Ich muss durchs Kalte durch Warte Ich muss grad Muss ich aktiv durchs Kalte durch Ohne Schutz Oder hab ich was übersehen Nehmen wir Wofür die Global Air Hab ich da irgendwas übersehen Oh ich war da nicht durch Die Powerbeam da Ich trau dem nicht Ja eben Ich hab da was vergessen Weil es kann nicht sein Dass ich dadurch Durch Das Ding gebieten muss Ja Ich will da hin Die Iga ist übersehen Ich bin aber Allen vorbei gerannt Geradeaus Weißt Ich dachte ich mach Speedrun Ich überspringe einfach alles Was unnötig ist Ich weiß ja nicht wie unnötig Das Zeug ist Keine Ahnung Ist immer noch das erste Match Was ich spiele Von dem her Ich kenn mich eh nicht aus Ich mach nur Dinge Und sterbe Wir haben keinen Deathcounter gemacht Hm Wir haben schluss auch Interessant zu sehen Wie oft ich gestorben bin Wegen dem Spiel Will ich aber gewisse Tote Nicht annehmen Ah ja Autsch Okay Da So ist halt die Gegner Die Kannst du dodgen Aber sie haben den Vigietag Kannst du doch nicht dodgen Äh Warte Das war Hau Powerbeam Ist auch ein Powerbeam Nicht da unten durch Hallo Hm Du willst du gehen Ah ja da Es ist schnü Ich vertraue den Gegner nicht Komm an Stirb bitte Holy shit Ey der fiel aus So Da komm ich durch Äh Missile Uff Da ist es ja Hallo Super Missile Ah Super Missile Okay Das ist The Green Door Glaub ich Sinds schon absurd Oi Nice Wir lieben alle kaputte Spiele Äh Was muss ich dann Hold Ah Das ist einfach Eigentlich habe ich nur versteckte Missile Also ich habe die einfach automatisch Okay Aua Äh Äh Das heißt ich kann die jetzt einfach Bam Kaputt Okay Nice Komm stirb bitte Äh da hatte es Wo war hier die Irgendwo war die Ah genau da oben Ich muss mal kurz aufladen Einfach komplett aufladen So Dann können wir hochgehen Äh Da Muss sein So Wollte ich ihn besser wegmachen Äh Okay Jetzt sind wir hier oben Ja Und jetzt können wir Da durch Können wir wieder oben raus Und dann sind wir hier Ah I see Was genau macht der mit dem Kühn Mit dem Kühn Mit dem Wieler Strahl Wenn wir mal Wie es sei es bitte Ist der Ist der jetzt tot Oder ist er Hallo Okay Okay Ich glaube ich habe ihn getötet Nee ich habe ihn getötet Huch Da ist er fast zu früh gedodged Äh gedodged Gemilid Schup Nee ich habe ihn getötet Ach mehr Züge Alter Alle Gebiete Eieieiei Okay Dann Dann Geh mal nicht hier schon wieder hin Hast du noch mehr neue Gebiete Ist jetzt lange so kompliziert hier Äh Ja schon Geh mal da hin Boah Irgendwann da ist Was klein anscheinend Ein kleines Gebiet Sah auf jeden Fall sehr klein aus Auf der Karte Müssen wir da Mehr Ladezeiten Genau Ach Ladezeiten Immer wieder schön Ich weiß nicht Ich finde die Teleport Die Teleport Lade 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 Screen Nervt mich am meisten Ich finde den nämlich Nicht so schön anzuschauen E-Loon Der ist nicht so schön anzusehen Irgendwie Und da ist Ich gehe immer mega lange P1 Ladezeiten Also Hallo Speicherung Ich gehe Ja ja Speichern Tun wir gerne Yes Speichern geht immer Oh Katzin Tja Da ist die Tür Oh Ähm Ja Ist das Poster Ist da Oh Bayern hat schon wieder Stairhead Stairhead Hoch Nee Hä Okay Mein Kaffee Hä Ich will gerade nicht Oh ne Ja Hardware Limitation Meine Ladezeiten Stören mich eigentlich nicht Okay Scan Ähm Was ist da los Ich bin halt einfach Ich finde Den Den Scan Den Scan Äh Den Scan Den Teleport Ladescreen Finde ich am wenigsten hübsch Deswegen stört er mich am meisten Ich habe nicht mal getrunken Bayern Mach den doch nicht einfach weg Warte Moment Ich habe gesagt Ich trinke Ich habe es nicht getan Haha Ausgetrickst Okay Ja Den 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 habe ich auch nicht gemacht Bayern Das war der Punkt Ich habe das vergessen Ja Diese Schnellmots Feel betrayed Ich habe Ich habe nicht Ich habe vergessen zu trinken Okay Äh Ja gut Irgendwo Da Huch Da Ist da sonst noch irgendwas hier? Ne? Okay Ah es ist alles Trustworth hier Hier geht bestimmt nichts schief Nix Gar nichts geht hier schief Nix Oh no Jetzt machst du mir Angst Kitty Du machst mir Angst Tolle Sachen Oh no Irgendwie glaube ich dir nicht Ich glaube das Das Tolle ist gar nicht toll Sieht alles nett aus Ja bestimmt Klar Was ist denn das? Oh no Es ist Schleim Was? Also was soll ich genau tun? Aber töten Darf ich den denn auch töten? Hallo Oh okay Und jetzt? Oh Der ist so unten Okay Farbige Bobbles aufsammeln I see Hallo Bobble Okay Hier sind die X Die Kannst du haben Okay Gelb Energie Grün Amo Rot ist beides Aha Und das haben wir jetzt gerade der Raum Weil ein Guck mal Das gibt's Jetzt wird das Party losgehen Ich sehe schon Ihr macht was da schon wieder Haha Okay Ich hab Ich hab aber Already Max Egal Hui Äh Ja nehm mir bitte Mein Nehm mir doch bitte mein Ding an Danke Ich bin zu schlecht Treff aber nicht Iiiiih Der ganze Glibber am Boden Mh Okay Klauen sich Äh Stuff Gut Zum Glück sind die hier Hab ich gehört Okay Und hier kriege ich dann von der Neufähigkeit Plasma Beam Lecker schwarzer Pudding Oh no Nein kein Pudding Plasma Beam acquired Oh Fire is a powerful stream of Plasma That can pierce through multiple enemies And damage robotic enemies Without the need to charge Ah Das ist nice Press Y to fire It can also destroy Plasma Beam covers Okay Nice Das ist doch gut Aha Hier Mich näsern Bitte Aua Das sollst nicht Okay Hat's dann da irgendwie Ah da drüben war die Puzzle Begendor Okay Aua Triff halt durch den Boden ruhig Musst du bitte nicht Danke Zu freundlich von Ihnen Aua Musst du bitte nicht Da läuft der Eisupi So viele Gegner hier Guck mal her Aua Riff halt durch den Boden durch Wenn ich den jetzt auflade Oh die brauchen ja viele Okay Sei halt gut Okay Warte Da muss ich aber von der anderen Seite Ran da Ja die Dore sieht gut aus Sieht alles supi aus Ja Yes Kein Problem Ne 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 Aus Erstmal putzen Ja Wäre mal nötig Oh schon wieder Katzen Okay Hallo Ich bin da Wo bin ich Ich bin du Hi Ich mag den nicht Gar nicht gehen Oh no Ich werde so verkacken Erstmal verkacken Hab ich gehört Kann ich nicht Durch den durchspringen Okay Wieder so bitte Ne Okay Das geht nicht so wie ich das gerne hätte Okay Aber feuern Oh Gott Ja es ist verkackt Nee Okay Da müsste ich aufs Zimmer springen am besten Das ist Okay Das macht er dann in die Mitte Und nicht mehr auf mich Einfach nicht treffen lassen Ja es kann ich Natürlich schlecht Das kann ich nicht überspringen Kann ich das überspringen Nee das kann ich nicht überspringen Ich würde springen Danke Das war ein springen Hallo Okay da bin ich reingesprungen Selber schuld Nee Das ist doof Ich kann den nicht einschätzen Oh no Scheiß Der ist weird Au Oh das war rude Nee okay Was Hä Der war Der war rude Richtige Hilfreichung Das stimmt Das war kein guter Tipp Ich und ich treffen lassen Funktioniert eh nicht Ich bin schlecht Okay Okay Irgendwann leidigt das noch Okay Springen halt nicht Okay Ja ist ein bisschen gut Okay Ich muss einfach ruhiger bleiben Nicht zu viel Panik machen Ich darf nicht so paniken Anything stop panicking Anything stop panicking Das kann ich gar nicht Wie macht man eigentlich keine Panik Ba-bam Nee Abschluss So nämlich Okay Das war viel einfacher Wenn man den Weg 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 Äh Mie liet Hä Okay Easy TG first try Und so Ich gehört Nee warte Komm ich Komm ich Hm Komm ich denn da ran Wie komm ich denn da ran Komm ich da überhaupt schon ran Ist die Frage Oder Komm ich nicht Okay Dann muss ich gar nicht versuchen Sonst hätte ich das jetzt noch länger versucht Oh Okay Oh Dann nicht Oh Ich komm ran Oh Oh Okay Komm ich denn da ran Ja What Hm Hä Nee Es ist wirklich Nicht Das Ich Wie Von Dahin Oh Ja Gut Was Oh Ich Will Ja Erst Hoch Gucken Gehen Was Da oben Noch Ist Ja Ist wirklich Nicht Ersichtig Wie Das Flut Kann ich Da Hoch Wo Komm ich In Da oben Hin Komm ich Da Weiter Da Komm ich Nicht Weiter Da Stimmt Okay Ich weiß Nicht Ob ich Gerade Jetzt Hier Wieder Völligen Pups Gehe Nee Das Ist Eins Wo Ich Nur Durch Fällen Kann Ich Irgendwo Ah Da Komm ich Runter Okay Okay Wo kommt Ihr Da Kommt Ihr Äh Okay Wie komme ich Hier Komme ich Wieder Nur Von Oben Ran Okay Was ist Das Hier Nee Okay Nee Ich komme Da Schon Wieder Ran Na ja Oh Darunter Bin ich Darunter Okay Jetzt hat Mein Loge Wieder Nicht Angenommen Ist Okay Alter Ist Verwirrend Spaß Ich bin Verwatscht Das Ist Es Okay Aber da komme ich doch wieder hoch Ich zeige was Wie komme ich da oben hoch Wie Jetzt Irgendwo Wie komme ich da hoch Irgendwie da Hallo Nee Wenn ich will Wer bleibt ihr Spaß Also Da irgendwo Hier scheint noch nichts zu sein Wer da drüben Wer ist da drüben Vermutlich da oben Was ist denn das schon wieder Das habe ich nicht Das habe ich jetzt Das shit nicht Okay Hui Okay Ist da unten noch irgendwas eigentlich Hier Nein Okay Hier Irgendwo Nee Hm Aber überall Bomben legen Mal gucken Ah Dann kommen wir da wieder raus I see Okay 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 Ja Sammeln wir einfach Stoff Den keiner braucht Das ist okay Hop Wenigstens heißt das Wir können jetzt von hier unten rein Tick 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 Okay Dann darf ich das nicht Interessant Huch So Huch Danke Äh Können wir nochmal im Kreis gehen Das sag ich gar nicht Okay Ich darf doch nicht Äh Gab es jetzt da oben noch irgendwas Da waren wir nicht War da oben noch was Glaube nicht Okay Den kommen wir noch nicht ran Weil da war die Resource Die wir gerade gesammelt haben Ist nötig für das Das hat auf jeden Fall das gleiche Zeichen drauf Das heißt wir gehen unten durch Mehr Cutscenes Oi Ja gut Hiya Die ganzen Ex Holy shit Die haben Party Ist nicht gut Schlechte Party Ich mag die Party nicht Ich bin kein Fan Dieser Party Oh Gott Aua Danke Ich bin kein Fan Dieser Party Ich glaube die sind jetzt Sind sie jetzt überall Danke fürs Freilassen Samus Ja wirklich so Holy shit Samus Bye You idiot Befallen Befallen jetzt Die Die X Die Emmys Haben wir die X Emmys Ich will nicht Bitte Please Bin's raus Ja dankeschön Ist ja nett von dir Ach nu F Das hat ja wieder gut geklappt Äh Wir haben äh Keinen Scheiß angestellt Nein Das sieht nur so aus Das ist äh Es ist nix Es ist alles gut Alles picobello Jetzt ist selber Und ich Bein fürs Bein Stimmt So Ach nö Das wird jetzt Absoluts Chaos Jetzt wird's lustig F Oh Wer kann zieht's Mix Mix Him Oder so Oh Oh no Oh no Oh no Jetzt aktiviert er einfach wieder die Emmys Nein das ist ihr nicht Okay warte Nein Natürlich aktiviert er einfach die Emmys wieder F Eis Wie schön Es ist okay Ich bin auf der Quietrope Ja gut Ah Okay Äh Jupp Da ist der Gegner weg Das ist die Frage Wenn ich den Gegner nicht einsammle So Aua Wenn ich die nicht einsammle Werden Werden die Ich einfach dann nochmal sich verwandeln Oder wie sieht das aus Käfer Oh mein Gott Das sind ganz viele Kleinex Ah Aua Ah Oh Gott Oh das ist ja super Nice Ach nö I don't like that So jetzt ist die Frage Kann ich das da jetzt kaputt machen eigentlich Da ist noch irgendwas Was ist denn da Schmiri schleimi Hoch Wieder hoch Hallo schmiri schleimi Kann ich das da kaputt machen Nee Okay Ich glaube da ist wirklich die neue Ressource benötigt Benötigt Adam Hast du mir was zu sagen Adam 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 Wups Oh no 69 69 69 69 69 69 Danke Kitty Immer die guten Zahlen Das steht auf 69 Oh Gott Das wird jetzt lustig Das ist Also eigentlich haben wir die Tür aufgemacht Wups Das war Absicht Das war geplant Das haben wir gemacht Damit Ja Genau Stimmt Hm Achst das nicht stärker werden soll Also Planeten zerstören Okay Bestimmt Sorry Ich muss den Knopf drücken Push the button So das heißt Ja Ihr könnt da durch Geh mal eben den Amy besuchen Hab ich gehört Oh ich hab so keine Lust auf den scheiß Amy Oh warum das Warum so ein Viech Aber Ah Geh mal Geh mal Geh mal Geh mal Sind sie weit weg Komm mal her Okay Lassen wir das Ah Nee Du darfst dir dir Keine Knöpfe geben Ey es ist so oft genug passiert Dass wir ein Pen and Paper Irgendwer hat Und der war so Knopf drücken Bist du behindert Kannst du dich einfach Knopf drücken Ach nee Ich hab so kein Bock Okay 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 Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ist er weg? Ich bin jetzt da. Ich kann eben mich so nicht leiden. Was ist das Wasser eigentlich? Ich tue das Wasser eigentlich aua. Es ist so grün. Nö. Das ist einfach Wasser. Das ist ein bisschen Ecken im Wasser. Ja, aber da hoch komme ich gerne noch nicht. Da fehlt mir irgendwie was, nicht? Oder komme ich da hoch? Danke. Das ist nicht hochklettern. Komme ich da irgendwie hoch? Ich schätze mich, boh, Egi, was irgendein andern Schampf vermutlich. Okay, warte mal einmal ab. Hallo? Hallo? So. Äh. Würde ich gerade da kaputt machen. Ja. Ah, Speicherpunkt. Hallo, hallo, hallo. Die Saus hier. Also. Okay. Habe ich ja schon wieder Dinge getan. Hallo, Map. Die Karte, die Map. Okay. Oh, boah, ist das schon wieder groß. Warum ist das auch schön, dass so viele Verbindungspunkte? Das ist ja schlimm. Ja, bitte speichern. Und Emi hier. Hallo, hallo, hallo. Der Emi hier. Geht er noch weiter? Ich muss wieder zurück. Ich bin nicht da. 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 Ich habe gesagt, ich bin nicht da. Emi, geh weg. Let's play for a Metroid. Danke. Okay. Ich möchte mich nicht von dem erwischen lassen. It seems... Wenn ich ihn nicht sehe, seht er mich auch nicht. Genau. Warte mir die kurz ab. Nee, ich bin... Guck. Da. Okay. Okay, das ist aber dumm. Wenn er mich sieht, dann macht er Party. Sicherheitshalber, wenn er mich berührt, dass er Party macht, oder? Ich habe das jetzt gerade nicht ganz verstanden. Okay. Einfach du ich. Hä? Hä? Au! Okay, sie sind böse. Nie böse sein. So. Komm mal her. Willst du wahrscheinlich nicht mehr warten? Richtig, bei Amy. Ach, da bin ich. Ich weiss nicht, wo ich bin. Hm. 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 okay okay ja 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 okay das ging eigentlich gar nicht so scheiße ich kann auf den da nicht lange stehen weil die weg gehen das ist ja nice kann ich hier dranbleiben speicherpunkt das ist irgendwie gut ja er hat mich nicht gekillt er hat mich einmal kurz gesehen und gestand aber hat mich nicht gekillt das läuft erstaunlich gut naja das ist jetzt schon kompliziert da drüben hält das was sie immer das zeug was ich weiß was es ist gehen wir mal da weiter ich weiß sie hat alles von mir wie komme ich an dir vorbei hallo da das wollte ich die ganze zeit machen danke eigentlich warum darf ich jetzt schon wieder nicht hä ich verstehe nicht ich verstehe nicht kann ich nicht unter dem durch kann ich nicht unter dem durch ich verstehe nicht was nicht kann unter hä wie komme ich denn auf seine hinterseite ich verstehe nicht ah ok bei ihm muss sie rutschen ich darf nicht mit dingen springen da ist ein kleiner käfer da sind gar nicht viele kleine käfer Huch. Oder so. Okay, da komme ich nicht durch, weil das Ding da ist im Weg. Da oben komme ich durch. Da muss ich von unten ran, okay. Oder was statt schon wieder? Igne Blitz. Ich will erstmal eigentlich hochgucken gehen. Okay, hier ist nur das. Okay. Ist so hoch. Okay. Wie komme ich denn da oben rein? Ah, ich muss da hoch. Okay. Naja. Ist Spaß beim Zuschauen. Das ist ja schön. Hallo. Spin Boost. Also. Okay, man start schon wieder. Mehr Fähigkeiten, die ich nicht verstehe. Perfekt. Oh, Double Jump. Oh, Double Jump. I see. I love Samus to jump once more during a Spin Jump. Press B at the right time during a Spin Jump. When used underwater, Samus cannot gain more hate over the first jump without a Gravity Suit. Okay. Ich kann nicht höher springen im Wasser, aber ich kann... Wee. Aha. I see. I see. More jumps. Und da ist genau das Problem. Hier kann ich nicht höher. Ui. 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 Ist ja gar nicht einfach. So. Brauchen kann ich das. Wo? Hier komme ich sonst schon nicht durch. Scrapper Beam dort. Da komme ich nicht hoch ohne Gravity Suit. Und nicht irgendwo hier. Ich schätze mal irgendwo hier. Kommen wir mal zurück. Äh. Kannst du da hoch? Dankeschön. Ui. Das wird weg. Jetzt wird das Movement interessant. Oh, nö. Ei, 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 ei. Ja, aufladen. Ich habe eine Missile verloren. Ich will die eine Missile wieder haben. Dankeschön. Oh. Ah. Kann ich irgendwo da draufstehen? Nee. Oh Gott. Nee. Oh. Perfekt. Okay, gut. Das darf ich auch nicht. I see. Nee. Ich wollte... Oh Gott. Das wird jetzt lustiger. Au. Easy. Okay. Und wie komme ich denn da unten? Hä? Was? Achso, das ist ein Teleportpoint. Es gibt jetzt ja einen Teleportpunkt für einen Missile. Okay. Fair? Hui. Kommt schon wieder ein Boss. Ach, nö. Au, ich habe... Da hat es ein Dash nicht gemacht. Okay. Okay. Ich mache nicht mit. Ich habe keine Lust. Okay, da hat sie... Okay. Ich springe halt nicht. Sehr gut. Okay. Ich springe halt nicht! Au. Ich bin ja so kaputt. Mann! Alter, das Timing ist super. Warum... Warum entscheiden sie sich einfach immer andere Timings bei Gegnern zu machen? Wer dachte, das wäre eine gute Idee? Ne, probiere. So, jetzt aber. Ich bin kaputt. Jetzt hast du Schoki. Jetzt hast du Schoki. Na, ich will auch Schoki. Ich habe keinen Schoki. Okay. Äh, wo genau kommen wir jetzt eigentlich damit hin? Und ich hier wieder hoch, ne? Wir kommen sonst gar nicht hoch. Vermutlich. Sebastian, das darf ich nicht durchkommen. Der Schoki zu mir. Ich denke, ah! Teleport! Schoki! Schon der Kart ziehen, oder wie? Ne. Einfach lange Anladezeiten. Okay. Weil es mit dem Boss die laden müssen, oder so. Keine Ahnung. Mussten, mussten speichern, fliegen. Ja, der Stoppe siegt. Gut, komm nicht nochmal. Den Teleport kann man nutzen? Den grünen? Aber das ist auch eine Wand, die ich nicht weiß. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Na, hä? Ich fange zählt ja eigentlich ganz supi. Aua. Wo zählt alles ganz supi? Okay, Frage aus. Die klappt halt ein. Habe ich genug Zeit, um den noch zu entlocken? Okay, nicht so. Nee. Reichzeitig nicht. Okay. Oder springen halt nicht. Ist okay. Ich verstehe schon. Oh. Ich nehme manchmal nicht so einfach meinen zweiten Input nicht an. Ist das Ding schon wieder fast leer? Ach, nö, ich bin die schon wieder zu dem. Okay. Kann ich wenigstens vorher gucken, wo ich durch muss? Man kann es sich ja fummeln. Ja. Nein. Okay. Aber hier komme ich sicher nicht hoch. Frage ist, ob ich hier jetzt hoch durchkomme. Was doch? Was doch? Hä? Das ist aber doch schreibe. Ich weiß nicht, was du doch schreibst. Okay, aber wenn ich, wenn ich... Kann ich richtig oben durchgehen? Dann hier. Ich glaube, sollte hier durchgehen dann? Ich muss ausschließlich da hin. Achso, ich muss zum Amy. Ja, gut. Äh, okay. Okay, wir gehen einfach mal den Weg oben durch. Okay. Erstmal warten, bis Amy weg ist. Ist hier schon? Ich will schon die Kamera näher rankommen zu mir. Kannst du? Kamera. Danke, Kamera. Kamera so. Goddammit. Ich bin nicht so Fan davon. Okay. Ja, aber das ist... Oh, kann der da nicht weggehen? Wir haben Flashbacks. Mein Problem ist gerade, dass Amy gerade die ganze Zeit hier rumdudelt. Er ist mir gerade die ganze Zeit im Weg. Das ist scheiße. Kann Amy nicht einfach weggehen? Hm. Jetzt ist Amy da unten. Wirst du nicht hier hinten unten weggehen oder so, Amy? Amy wäre einfach vor Jahren ja, hätte ich auch gerne. Amy ist schon wieder da. Amy, geh doch einfach weg. Bitte. Holy macaroni. Amy hat so richtig keinen Bock, ey. Fliegen geht. F. Amy an der Decke. Was hast du früh? Keine Zeit zu reagieren. Waaah. Was ist das? Okay, kann der bitte schon ein besseres Movement haben? Wie wär's, wenn du dich wie ein anständiger, anständiger Amy verhältst? Ich halt wieder. Ich stehe den Bund und durch? Nee. Jetzt guck der nur rein. Warum gehst du nicht hier unten durch? Hm. Wie komm ich an dem vorbei? Der hat nämlich gerade so richtig keinen Bock. Unten durch? Das Wasser? Ja, das Wasser sind voller. Gehst du bitte wieder weg? Okay. Okay, 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 okay. Okay, wir sind da durch. Ups. Okay, ich muss jetzt da hoch. Und gleiche Höhe bleiben. Perfekt. Lieb. Huch. Aua. Hallo? Ey. Ich muss jetzt wieder hin. Hallo? Kannst du bitte hier... Okay, Gegner. I guess. Ich komm halt nicht runter. Komm runter. Au. Au. Ist falsch mit dir. Wow. Sollst du wallchampen? Kannst du hier nicht wallchampen? Darf ich hier nicht wallchampen? Hallo? Hallo? Ich darf hier anscheinend nicht wallchampen. Würdest du bitte? Meine Fresse. Hei, jei, jei, jei. Mama mia. Mama mia. Alter, meine Hand. How? Ich mach mal... Ich mach mal ganz... Ich brauch mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz die Pause. Bevor wir, bevor wir, äh, den... ...den Laser für Amy holen. Ich mach mal ganz kurz, ein paar... ...fünf... ...fünfzehn Minuten Pause, so maximal. Ich bin gleich wieder da. Bye, bye! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Okay. 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 Ich hatte die Hoffnung, ich hatte die Hoffnung, dass ich nicht muss. Goddammit. ... ... Okay. 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 Warte mal, ich wollte unten durchrutschen. So, wirst du mir bitte irgendwas geben? Ja, sehr nice. Bitte, danke. Wirst du bitte... Naja, okay. Gerne ein bisschen mehr leben, naja. Aua. Kann ich aber durch Damage boosten? Perfekt. Aber durch, durch Damage boosten. Das war ein Schokopudding. War ein Schokopudding? Hatte ich jetzt auch noch nie war ein Schokopudding. Aber Schokopudding ist geil. So, meine Frage ist... Wie zur Hölle besiege ich den, wenn der mich freest? Wie? Seelen werden wir von Dr. Oetker... Kenne ich nicht. Ja, jetzt haben wir die Omega-Canon. Omega Stream Online. Ja, und wir wissen, wo ich den in dem Raum hier besiegen? Hätte ich den mal vorangeguckt. Wäre smart gewesen. Naja, äh, äh, if me. So, warte. Äh, das ging ja so. Okay. Okay. Das war's. Wo mach ich das am besten? Ich hab grad richtig keine Ahnung, Leute. Wo mach ich das, wo mach ich das, wo mach ich das. Wo mach ich das, wo mach ich das. Wo mach ich das. Ich hab hier keinen guten Ort. Wie mach ich das hier am besten? Wo mach ich das, wo mach ich das. Aber wie oben? Ich bin verwirrt. Also, wo oben? Okay. Okay. Hm. I see. Okay. Come on, fish. Okay. Okay. Ah, so oben. I see. Okay. Easy. Der kann ja an der Decke laufen. Habe ich schon wieder vergessen, dass er das kann. Okay. Okay. Nice. Nice. Stacken. Ja, die ist jetzt offline. Stacken. 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 Okay. Okay. Ähm. Eis brauche ich dann wo? Ist die Frage. Wir gehen einfach mal da hinten raus, I guess. Einmal. Ah. Ja gut. Die zwei. Ah, aber damit kann ich vielleicht das da, äh, den, den Quatsch da. Okay. Aha. Oh, energy tank. Nice. Äh. Und dann mehr. Okay. Ah. Ich. Kann ich kein Wall-Dash mehr machen? Das Wall-Dash ist aber einfach nicht mehr da. Ich bin grad verwirrt. Moment. Samus. Ein Missile. Huch. Ich hab jetzt einfach Eis, Messias. Okay. Anscheinend stacken die. Na denn. Och, nö. Hahaha. Nein. Ich will doch. Ah je. Also gut. Ich dachte gerade, ich renne schon wieder in den Bus rein. Warte. 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 Was ist das? All Spark. Ne. Was war das? Wir haben schon mal sowas gesammelt. Ah, das war ein Feld im Glockens. Da war auch so eins. Pulse Radar. Okay. Und das ist. Das ist ein Aeon. An Aeon ability that allows Samus to skin her surroundings for hidden blocks using a special sound wave. With full Aeon hold. Also immer rüber. Okay. Okay. I see. Oh. 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 Da wo. Missile Tank haben wir da. Wunderschön. Okay. Jetzt bin wir wieder da. Oh. Äh. Aua. Okay. Da komme ich nur von außen ran. I see. Ahh. Mm. Okay. Äh, ich muss nicht wieder was trinken. Na ja. Moment. Da. Jetzt bin ich wieder hier. Hm, was? Ah. Na, geben wir schon wieder ein anderes Gebiet. Es fühlt sich so an, als ob wir kein Gebiet richtig abschließen. Kann das sein? Na gut, das ist ein Metroidvania. Das ist, glaube ich, der Zweck davon, dass man etwas nicht komplett abschließen kann. Dass man Backtracking machen muss. Ferinja. Oder zurück, okay? Hm. Nice. Let's go. Das geht alles. Es läuft alles ganz gut. Es klappt irgendwie. Maybe. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah. Okay. 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 So. Ähm. Hä? Wir sind im Arsch der Welt. Was ist denn hier los? Alter, das Aim-Gebiet ist ja riesig. Wir sind im Arsch der Welt. Wir haben keine Map. Wir haben nochmal mit dem Map von hier nicht. Oh. Sehr. Schon schick aus. Guck mal. Mehr gute Türen. Nüsegeräusche. Au! Danke. Du hast so eine kleine... Danke. Autschie. 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 Bitte nicht. Hello. Und hoch. Eh. Wieder durch. Hallo. Lass mich durch. Oh. Okay. Und dann nicht. Komm ich da unten irgendwie ran? Nee, das ist zweit unten. Da komm ich auch mit meinem Team ran. Äh. Wow. Ah. Okay, das kann ich noch nicht genau machen. Wie gut da? Ja. Wow. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Ja. Okay. Und da komm ich nicht durch. Komm ich vielleicht hier irgendwie hin? Hm. Okay. Nee. Da kommen wir denn nicht durch, okay? Oh. Zeit mit Adam zu reden. Adam! Reden wir mit Adam? Hallo, Adam. Oh, mein Headset ist rot. Shit. Moment. Moment. Moment, bitte. So schön, dass wenn ich Webcam gucken sehe. Oh, scheiße. Mein Headset leuchtet rot. So, eingesteckt. Ah, ist ja kein Strom mehr. Ja, schön. Ja, ich muss mich aufladen. Niesch muss eingeschlossen werden an den Strom. Niesch ist low on energy. Ich hab's probiert, aber Amy wollte nicht. Be careful, Samus. Okay. Be careful. Erstmal reinrennen. Low power in your show mode. Klar. Was soll der scharfe S da? Hä? Nein, schreibst du denn, du scharfes S. I see. Was denn da ist sie wieder? Ey, ey, ey. Hey. Hey. Haua. Nein, hör auf. Oh nein, das ist Eis. Da will ich nicht hin. Hier gut, hier ist irgendwas. Das ist schon da. Äh. Oh nein, das kann ich nicht kaputt machen. Okay. So, jetzt ist die Tür offen. Immerhin das. Okay, aber da kann ich gar nicht mehr. Da kann ich gar nichts tun. Da ist Eis. Da will ich nicht hin. So, wer ist das? Komische Gegner. Okay. Was sind denn das? Das sind Shutter's. Warum hat's da Shutter's? Warum hat's da Shutter's? Okay, hier geht's auch nicht. Oh, was ist hier für Party los? Oh. Äh, da. Es ist okay. 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 Oh. Ey, 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 ey. Okay. Da ist auch wieder Eis. Okay, da will ich gar nicht hin. Warte. Er kommt runter. Ups. Will ich denn hier runter? Ist die Frage. Oder will ich oben durch bei Emi? Teleport. Frage ist, will ich hier rein zu Emi oder nicht? Ich könnte, glaube ich, sonst auch hier durchgehen. Da oben kann ich nicht. Da ist kalt. Ich könnte eventuell hier durchgehen. Ich denke, gehen wir halt unten durch bei Emi, I guess. Ist Emi schon da, sondern an einem richtig guten Ort. Emi, können Sie bitte nicht sofort am Eingang stehen. Das wäre so nett. Ich bin nicht da. Gehen Sie bitte wieder. Jetzt bin ich gekackt. Ey! Einmal auf Tuchfühlung. Ja, hat nicht funktioniert. Ei, ei, ei. Rollen macht zu viele Geräusche. Apparently. Ich bin nicht da. Ich brauche eh kein Leben. Leben ist überbewertet. Emi ist immer noch zu nah. Kann ich bitte meinen Balken wieder, meinen Aeon wieder haben? Das macht mich nervös, wenn ich keinen Aeon habe. 11. Ja, jetzt habe ich gekackt. 11. Ja, jetzt habe ich gekackt. Jetzt habe ich gekackt. Ja, ja. Das ist einfach zu nahe. Ja, wie zu tun. Das ist scheiße. Ja, ist mega nervig mit dem Wasser. Ich kann mich nicht schnell bewegen. Also kann ich nicht escape. Hi. Okay. Emi ist wieder da drüben. Mann! Warum müssen die auch immer voll in deinem Gesicht sein? Das ist doch doof. Die Frage ist, wie würde ich da oben durchkommen? Der Emi ist einfach zu nah. Ich kann mich halt nicht bewegen, ohne dass Emi mich hört. Das ist mein Problem gerade. Hm. Was tue ich denn da am besten? Ja. Pfff. Ich komme dem nicht weg. Das ist doch scheiße. Pfff. 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 Ich komme dem nicht weg. Pfff. 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 Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Geh weg! Geh weg! Es blinkt halt immer noch. Oh, das macht mir Panik. Ich mag das nicht. Ich mag nicht, dass es blinkt! Geh weg, bitte. Ja, ich kann wieder mein Leben walten, finde ich das okay. Der ist ja wenigstens ein okayes Zeitfenster für den Stark. Nee. Nimm das doch! Hoi! Ich hasse das. Okay. Ich liebe Wasserlevel. Wusstet ihr das? Ich liebe sie. Es ist mein Lieblingslevel. Warum muss es Wasser sein? Warum muss das so scheiße sein? Okay, das ist absolut kack. Ich kann halt legit... Ich kann legit keinen Schritt gehen, ohne dass der mich hört. Weißt du, bei den anderen hatte ich wenigstens Chance. Ja gut, ich kann irgendwo hinrennen und mich dann verstecken. Der hört mich einfach sofort. Ich hab... Ich kann nix tun, ohne dass der mich hört. Ich mein, das hört er halt auch! Okay, wer... Wer dachte, der irgendwie sei cool. Wer dachte, der irgendwie sei cool. Ah! Das war zu früh. Unter-Wasser-Timing ist zu scheiße. Es könnte ja Orangensaftlevel sein. Okay. Dann machen wir halt so einen Scheiß, I guess. Wie es ist lustig, dass der Oberwasser violett aussieht, aber im Wasser einfach blau. Ich kann doch mein ganzes Leben verlieren, I guess. Macht ja auch kein Unterschied. Ja. Ist einfach immer noch zu nah. Er wird mich hören. Wenn ich mich jetzt bewege, hört er mich. Da. Instant Detected. Das ist supidupi. Gefällt mir gut. Hast du Angst? Ja. Ich bin so formula oder. Ja. Ich kann schaufiminier das Episode 1, Ohr! Das war Gerät. Aber! Kann ich den so austricksen? Ich will, solange ich im Wasserbein... Wasserbein? Solange ich im Wasser bin, wird dieser immer mich hören, wenn ich mich bewege. Das ist Antifahren. Das ist nicht lustig. Wer hat das designt? Das ist echt Antifahren. Nee, das ist echt ein Scheiß, Abby. Ganz ehrlich, das ist nicht lustig. Das ist nicht... Kannst du bitte wieder gehen. Wenigstens so weit, dass ich mich kurz bewegen kann. Hörte. Emi. Emi. Könntest du bitte gehen? Eieiei. Das ist mit dem auch Zero-Fun. Ja. Verstehe ich. Warum musst du jetzt da lang gehen? Nein. Ich kann nichts wegen denen tun. Okay, mein Ding ist nicht an. Nee. Nee. Ganz ehrlich, das wäre mal wieder so ein Punkt, wo ich eigentlich sagen würde, ich habe gar keinen Bock, ob das Spiel ausmachen. So Sachen sind einfach unfair und es ist nicht lustig. Unfair ist nicht lustig. Warum hört er mich einfach im gesamten Scheiß-Gebiet? Das kann doch nicht sein. Okay. Muss ich überhaupt hier unten durch? Kann ich oben durch? Ist oben durch einfacher, aber ist das fair? Ganz ehrlich, ich habe so keinen Bock. Du musst wieder hier hochklettern. Natürlich klettest du wieder hier hoch. Und pfff. Arschgesicht. Hör doch auf. Das war viel zu früh. Nö. Ich bin jetzt schon frustriert. Ich bin ehrlich, ich bin frustriert, weil ich finde das dumm. Weil etwas unfair Designen ist, nicht lustig. Ich bin ehrlich, das regt mich auf. Aber die Frage stellt sich immer noch, ist es einfacher hier oben durch? Kann ich hier oben durch? Geht das? Wäre das einfacher, weil... Ich muss umfacher hier oben durch. Ja gut. Yay. Und hier oben durch. Also hier oben. Gibt es geht? Ja gut. Ich verstehe nicht, wie ich das machen soll. Ich komme ja nicht durch nur mit dem Mantel. Ich muss irgendwann den Mantel ausstellen. Ich kann nicht durchgehend mit dem Phantomclaw rumrennen, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, aber Bayern, wie soll ich das Wasser vermeiden? Hier ist überall Wasser. Hier klären wir das. Das hat der falsche Knopf. Erklär mir, wie du da das Wasser vermeidest. Ich kann ja oben durch. Ich weiß nicht, wie ich da oben durch will. Da oben. Ich komme. Das frustriert mich. Warum ist das Spiel so kacke designt? Die Emmys sind nicht lustig. Ja, genau so. Aber Bayern, mein Problem ist immer noch, dass der Emmi mich, egal was ich mache, hört. Das ist mein Problem. Das ist das, was ich kacke finde. Das ist mein Problem. Was ist das? Das ist mein Problem. So, wir hocken einfach die nächsten drei Stunden hier und machen das. Das ist doch dem Emi egal wie. Ich eigentlich, geh doch einfach schneller weg, bitte. Der liegt halt immer noch da. Der ist nicht lustig. Gibt es irgendeinen bestimmten Weg, der mir da durchkommt? Ganz ehrlich, gibt es einen bestimmten Weg, der mir da durchkommt? Gibt es irgendeinen, einfach irgendeinen Scheißweg, keine Ahnung. Movement, was man machen muss, um da durchzukommen, weil ich habe wirklich keine Lust. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich mag nicht, dass es immer noch leuchtet. Okay. Da hat er einfach einen Lock. Okay, easy. Ja, würdest du bitte wieder gehen? Danke. Ich habe gesagt, geh. Er will ja nicht gehen. Emi, du sollst doch gehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wo muss ich überhaupt durch? Ja, ist okay. Auf einmal hast du halt dreimal so lange. Ist okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich durch muss. Doch, ich weiß, wo ich durch muss. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, dann sieht er mich. Ich muss halt trotzdem Glück haben mit Emi. Wenn da noch Scheißposition ist, ist es nämlich scheißegal, ob du gut bist oder nicht. Wenn Emi das Gefühl hat, nö, ich mache nicht mit, dann geht es nicht. Ja, ein Paar, ja, aber. Basically, sterben ist nicht durch ein Paar. Und ich bin halt auch so langsam im Wasser. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Geh weg. Ja, der Emi ist ein totaler Krampf. Wie lange sitze ich jetzt dran? Eine halbe Stunde? Könntest du bitte gehen? Bye. Holy fuck. Okay. Das ist nicht lustig. Also. Ich will speichern jetzt noch lange. Ich will speichern. Hey. Ei, 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 ei. Der ist nicht lustig. Warum muss der? Weil Wasser sein. Also eigentlich ist Wassermechanik nicht lustig. Das ist das Hauptproblem. Weißt du, wäre ja nur halbwegs okay, wenn du wenigstens rennen kannst. Aber es ist einfach so. Hallo, das ist alles im Wasser. Weil ja, das ist ein Spieler. Okay. Die ganze Map. Nice. Wir empfangen die Map. erst mal speichern, dass wir mit dem Emi vorbei sind. Das erste Mal. So. Die Frage ist jetzt... Kommen wir da hoch. Kommen wir da hoch. Kommen wir da hoch, dass wir da oben reinkommen. Nimm mal da. Die kommen da hoch. Au. What the fuck? Söld ja, Scheiß. Oh, da ist auch noch einer. Okay. Es ist am Stottern. Okay, einen Moment. Und hier. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020